Vanessa Mai und ihr Andreas sind noch voll verknallt. Vanessa Mai, 29, genießt aktuell den Sommer in vollen Zügen und ist mit ihrem Mann Andreas Färber, 38, nach Kroatien verreist. Dabei zeigt die Schlagersängerin jetzt ein seltenes Foto von sich und ihrer großen Liebe. Vanessa hat gleich eine Vielzahl von Beachbildern hochgeladen. Die sie und ihren Mann herrlich entspannt zeigen. Zu den Fotos schreibt sie, das letzte Foto ergibt sich aus dem vorletzten. Denn während auf dem vorletzten Bild alkoholische Getränke abgebildet sind, schauen Vanessa und Andreas beim Folgefoto schon recht verdreht in die Kamera. Ein bisschen Spaß darf schließlich im Urlaub auch nicht fehlen. Die Sängerin steht zu ihren Dehnungsstreifen. Dass sich Vanessa Mai auf ihrem Social-Media-Profil gerne mal in knappen Outfits zeigt, ist wohl kein Geheimnis mehr. Gerne verdreht sie ihren Followern damit den Kopf. Doch ihr Herz gehört nur zu einem, ihrem Mann Andreas. Schon seit 2017 sind die beiden Mann und Frau. Während Vanessa gerne in der Öffentlichkeit steht, hält sich Mann Andreas eher im Hintergrund.